Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic 2. Nach einer längeren Pause für mich wollen wir mal wieder weitermachen. Ich habe mir das Ende des letzten Videos angeguckt und habe danach ein bisschen Inventory Management betrieben, ein paar Sachen weggeschmissen, ein paar Sachen in Storage-Charakteren abgelegt und ich würde sagen, wir machen mal weiter. Ich hatte mir beim letzten Mal selbst ein Memo erstellt, sozusagen in der Wüste weiterzumachen und deswegen würde ich sagen, machen wir das mal. Wenn wir mal kurz gucken, wie geht das mit... Ich drücke die falsche Tast. Das ist das falsche Spielpöks. Wie geht das hier? Cast, ne? Ja. Es ist nicht Shift-Z, es ist C. Ah, kompliziert. Ja, ähm, 3-2, Fly, das weiß ich aber noch, ne? 3-2, ja. So, wo wollen wir hinfliegen? Das sagt meine Zettelwirtschaft, die sagt E3. Das sieht richtig aus, das sieht richtig aus, okay. Gut, ähm, hier war da auch eine Stadt, ne? Irgendwo. Ja. Hätten wir auch einfach da eingehen können. Äh, hier irgendwo? Hier. Gut, dann würde ich sagen, speichern wir hier nochmal ab. Weil ich wurde gewarnt, die Wüste sei nicht so easy. Die sei... Unangenehm. Das, äh, mag sein, aber um einen großen Philosophen zu zitieren. How hard can it be? Okay, wir fangen mit einem Earthquake an. Das ist nicht schön. Okay. Äh, ne. Ne. Ja, das wollte ich machen, aber ich wollte vorhin noch was anderes machen. Oh, 20 Punkte verloren. Äh. QuickRef, Instasmus, Controls. Wie kriege ich die Options da wieder weg? QuickRef? Ne. Exchange. Exchange habe ich gemacht, deswegen sind die da. ViewCharacter, Unlock. Okay. Man konnte da doch Protection, war es P, ne? Ja, okay. Gut. Ähm, es geht langsam voran. Okay, schon wieder irgendwas. Na gut, dann gehen wir weiter hin. Also diese Earthquakes sind ja schon so ein bisschen lästig. Wir haben sogar schon einen Untoten, einen Toten, einen Nicht-Toten, einen Bewusstlosen. Okay, dann legen wir uns mal schlafen. So, jetzt im Hellen geht das alles viel besser. Dann gehen wir mal in die Wüste. So. Ist das hier immer noch so ein Schritt, einen Foot? Ne. Ne, das ist gut. Immerhin etwas. Hallo. Okay, das war schon mal, das ging ja schon mal gut. Hä, aber schon ein Stück Wüste erkundet, kann ja gar nicht so schwer sein. Okay, Minor Devil. Naja, das sind ja nur Minor Devils. Habe ich gerade. Ah, okay, wir haben andere Speedwerte offensichtlich, in die ich nicht mehr gewohnt bin. Wir kämpfen in einer anderen Reihenfolge. Okay, äh, wir machen... Oh Gott. Was war denn das, was der Zauberer mal gezaubert hat? Ähm. Habe ich schon Dancing Sword, oder Dancing Sword, oder wie auch immer? Oh ja! Und tut sowas mal... Ja, okay. Okay, naja, das fängt doch gut an. Das ist doch ein ermutigender Beginn. Äh. Na, geht. Weiter geht das. A small oasis, you find 40 food. Oh, das ist aber nett. Aber... Haben wir die... Wie war das? In Mind Magic 1 hatte man... Hat man kein Food verloren, wenn man die Karte hatte? War das so? Aber wir haben noch keine Karte. Verlieren wir einfach... Haben wir irgendwie... Navigator vielleicht das... Pathfinder? Navigator? Dass wir wegen unseres Talents kein Food verlieren in der Wüste? Weil ich meine, warum sollten sonst... Sollte sonst hier Food, äh... Provided werden? Okay. Sandstorm lips the party away. Okay. Köst uns bisschen Hitpoints und wir sind irgendwo anders. Na gut. Okay. Encounter. Mutant Swine und Friar. Na, ihr gehört zusammen. Äh, okay. Grace, um... Oh. Ihr habt gleich, ihr habt gleich, ihr habt gleich. Äh... Okay, gut, das geht. Ich wollte doch gerade irgendwas machen. Ja, du wolltest zaubern. Äh, Protection from the Elements. Ich meine, wir sind ja hier wahrscheinlich den Elementen ausgeliefert. Und nur für den Fall, dass es... Ich erinnere mich dunkel an, ähm... Ich weiß nicht, ob es Wüsten waren, aber Sümpfe. So was wie, dass es hier nicht so was wie Quicksand gibt. Deswegen wollen wir hier mal sicherheitshalber levitaten. Das ist mir doch gerade eingefallen. Okay, hier haben wir dann tatsächlich hier... Oh, also, ne, oder? Da ist einfach nur die Wüste vorbei. Okay. Na gut. Killer Kader... Okay. Äh, ich glaube, Dancing Sword ist schon ein ziemlich guter Zauber. Hast du irgendwas vernünftiges Sandstorm? Ich meine, wir sind schließlich in der Wüste. Ähm... Okay. Kämpfen die gar nicht? Hm, da soll mir rechts sein. Okay. Oh. Oh, okay. Neue... Okay, nochmal 40 Foot. Okay, gleich nochmal was ausprobieren. Wenn wir jetzt... Okay, nochmal kurz die Karte verlassen. Wenn wir hier jetzt wieder hingehen, finden wir wieder 40. Okay, das war gut zu wissen. Ähm... Ich könnte mir vorstellen, du bist ein Boss. The Slithering Envoy of Evil. Guten Tag. Wir sind die Envoys of... Wir sind die Envoys of Evil. Was soll denn das hier? Äh, aber hier, ja. Also, ähm... Irgendwas, äh, haben wir schon. Haben wir noch nicht, ne? Diesen guten Zauber, der, ähm... Gutes gegen Bosse, ähm... Wie heißt der? Ähm... Gibt's den überhaupt? Gucken wir mal gucken. Der die Hitpoints halbiert. Von Monstern. Die gibt's vielleicht gar nicht. Mast Distortion. Doch, die gibt's. Level 8. Mhm. Ja gut, dann, äh... Ja, was haben wir denn, äh... Moonway. Ja, er hat Schein genommen. Okay. Wir haben doch auch Sachen gegen einen, gegen richtig schwere, schwierige, gewaltige, gegen einen einzigen... und Monster. Supesha. Genau, also. Supesha. What? Fuck it. Wer war denn gerade dran? Ich komm mit der Reihenfolge meiner Charaktere nicht mehr klar. Okay, also... Jetzt ist heil dran. Du machst Supershock. Supershock. Das ist die Reihenfolge. Wieso hast du nicht mehr genug? Okay. Oh. Okay. Ja, stimmt. Ja, äh... Sehe ich ein. Also, ja, Dancing Sword hat Nachteile. Hehehe. Hehehe. Äh... Okay, dann machen wir mal... Fingers of Death. Der wird ja funktionieren. Natürlich nicht. Hatte ich mir gedacht. Du machst, ähm... Ähm... Cold Beam? Ich meine, in der Wüste und so? Not affected. Nicht gut. Äh, du machst, äh... Was warst du noch mal? Du warst... Ich weiß nicht mal mehr, was du warst. Du warst ein Archer. Du schießt da mal drauf. Triffst nicht. Du schlag mal zu. Triffst nicht. Du schlag mal zu. Triffst nicht. Das sieht nicht gut aus. Du schlag mal... Triffst nicht. Okay, ich sehe, wo das... Ich sehe, wo das Problem liegt. Ich sehe, wo das Problem liegt. Ja, ja. Ja, ja, Spiel. Danke. Ähm... Ja, weißt du was? Das war ja alles sehr interessant hier. Äh... Wir gehen dann mal. Okay. Was? Was sind das Poison? Ach, das war... Ich dachte, Tod. Ach, die hat nicht nur 300 und Schaden gekriegt, sondern drüber hinaus wurde es auch noch vergiftet. Weil, meine, warum nicht? Äh... Cure Poison gegen... Okay. Müssen wir jetzt eigentlich nochmal rasten, damit das weg geht? Ja, okay. Okay, ich hätte nicht vorher rasten dürfen. Okay. Äh, gut. Äh... Wo sind wir jetzt? Da. Gut. Ah... Earthquake... Also, okay. Okay. Ich sehe, das ist hier... Das wird lästig. Okay. Wir können aber hier lang. So, hier war irgendwo... Da war der Kampf. Dann umgeben wir das mal. Nee, aber der Kampf war woanders. Der Kampf war da ganz unten. Der Kampf war hier, ne? A sandstone whips the party away. Okay. Nein, aber... Sandstorm. Okay, was brauchen wir davon alles nicht? Das Meister brauchen wir nicht. Acid Shield können wir nochmal testen. Jamer plus 4 braucht auch kein Mensch. Katschel brauchen wir auch nicht. Wake Up Home, ja, kannst du erstmal behalten. Kann ja eventuell nützlich sein. So, hier war irgendwo der Kampf. Okay, da gehen wir mal nicht hin. Okay, kann ich mal kurz behaupten, dass mich diese Sandstorms so mittelmäßig nerven? Okay. Demon Soldiers, okay. Ah, 5.3 wollte ich machen. Not affected, okay. Okay, die haben scheinbar ein paar Hitpoints. Die werden doch bestimmt nichts Schlimmes machen, oder? Machen sie bisher erstmal gar nichts, was ich total interessant finde. Okay. Manchmal nehmen sie Schaden. Okay, Autsch, Autsch, Autsch. Okay, ich sehe, ja, 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 ja. Okay. Moonway. Heilt ja nebenher noch. Das ist ein praktischer Zauber. Sag mal, die haben echt ein Bild bei uns. Das ist... Um... Das war's. Okay. Mehr Moonways. Come on. Okay. Einer noch. Okay. Huhuhuhu. Okay, 23.000. Das finde ich auch vollkommen angemessen. Inviso-Cloak plus sieben. Okay. Okay. Ich will hier mal kurz abspeichern. Das ist mir ja alles zu stressig. Äh, Rasten, wo ist das in hier? Ähm, dup, 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 dup. Okay. Okay, Inviso-Cloak. Da schauen wir doch gleich mal nach. Ja, könnte, macht vielleicht Invisibility oder sowas. Das ist jetzt auch mal eine professionelle Vermutung. Macht Invisibility. Aber macht, wow, Rüstungsklasse, ich sehe ja gerade in meiner Itemlist, das Ding macht Rüstungsklasse 6. Also der macht Rüstungsklasse 13? Das kann er ja nicht sein. Kann man den einfach so equippen? Wrong alignment. Ach, fuck you, Game. Ah. Wir haben, okay. Ne, mal gucken, wir werden ja irgendwer anziehen. Wen haben wir denn? Dark Mage? Bestimmt nicht. No Name, kannst du den tragen? Ja, okay. So, jetzt wollen wir mal Remove 5. Du hast jetzt 19. Ja. Okay. Das ist cool. Ich meine, das ist scheiße wegen der ganzen Gesinnung und so weiter, aber so ist Labbe. Okay, das ist ein gutes Ding. Du bist gut. Haben wir noch irgendwen, der Gutes? Nee, wir sind nur alle böse. Äh, wir haben nicht mal mehr Neutral, ne? Nope, der habe ich rausgesagt. Okay, ja. Schön. Ähm, dann gucken wir mal weiter. Obwohl, haben wir. Ne, die Hälfte haben wir. Frost Dragon in der Wüste, natürlich. Selbstverständlich. Der wird ja sicherlich nicht so gut sein. Leprechaun, die Sau, die war nervig. Okay, noch ein bisschen Schaden. Okay. Okay. Frost Dragons sind vielleicht doch schwieriger, als ich dachte. Okay. 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 Okay, einer ist weg. Aber es wäre schon gut, wenn wir nur noch einen hätten, weil... er so gut wie keinen Schaden macht. Okay. 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 Eine Treesicle. Eine Treesicle. Okay. Okay. Okay, also einfach nur eine Waffe. Zweihändig. Ähm... 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 Haha. Gegen die haben wir immer verloren, ne? Waren die nicht so super schwer? War da nicht was? Moonray. Ich komme mal langsam wieder, kriege ich auch wieder die Zahlen zusammen hier. Also, was für, äh... Äh... Welche Zauber was sind? Ähm... Ja, komm. Dancing Sword, wenn... Oh, okay. Ich nehme an der Seite von Nichts-Effekted. Oh, ne. Okay. Ich glaube, ich verwechsel die Guardians übrigens schon wieder mit einem anderen Spiel. Oh, mein Gott. Okay. Und was guardet ihr? A cool sparkling pool. No. Ich trau der Sache hier nicht. Oh, fuck you. Okay. Also, cool sparkling pool. Dann wollen wir mal schauen, ob wir... Ähm... Ach, komm. Was soll das denn? Jetzt aber ehrlich. Was habe ich euch denn getan? Äh... Okay. Okay. Äh... Ist es sich richtig, in der Wüste zu baden? Äh... Äh... Wo war das? Da im... Denks... Wieso? Mir fällt gerade was auf. Das... Oder Moment. Sehe ich das noch nicht weit zu... Nee, wir haben kein... Wir haben kein... Kein Icon, wo wir sind. Das habe ich bisher immer nur daran ausgemacht... Äh... Daran festgestellt, wo ein neues Feld aufgedeckt wurde. Da mussten wir ja sein zu dem Zeitpunkt. Wir haben kein Pfeil mehr. Und es ist nicht so, dass ich... Oder sehe ich ihn nur nicht, weil es weiß auf... Weiß ist. Oder hellgelb. Nee, scheint keiner mehr zu sein. Okay, das ist vielleicht ein Feature von Wüsten. Wäre ja naheliegend. So. Kein Pfeil. Pfeil. Okay. Na gut, dann machen wir mal kurz... Bath. Yes. What? Wir haben unseren Rucksack vorher nicht abgelegt, bevor wir da zum Baden reingegangen sind. Okay. Baden mit Rucksack. Keine gute Idee. Witzigerweise hat es... Die Säure, die wir da reingesprungen sind, hat nur... Wir haben unseren Rucksack aufgelöst. Wohlgemerkt, nicht uns. Ja, das ist eine von diesen Fuck-You-Situationen, die... Might & Magic so liebt. Und deswegen sage ich Fuck-You, Might & Magic. Ähm... Es gibt kein Load-Game. Ich werde mal kurz das Spiel beenden und unseren Spielstand neu laden. Bis gleich. Okay. Also, da würde ich sagen, ähm... Baden war da nicht, weil da... Wir hatten ja so unwichtige Sachen wie, ähm... M27 Radicon dabei, den Admit Pass. Ähm... Die ganzen Schlüssel, die wir dann alle hätten nochmal holen müssen. Äh... Also, ich meine, die sind... Immerhin sind sie ja nochmal da. So ist es ja nicht, aber... Äh... Das ist ein Bullshit. Also, das ist wirklich ein... Ich meine, es ist... 80er, da ist... Ne? Es war nicht alles gut. Das ist, ähm... Okay. Also, ne, gut, dann machen wir weiter hier. Castle... Castle Guards? What? Was zur Hölle macht ihr denn hier? Okay, shit. Fuck it. Okay, aber by the way, da ich ja schon wieder Levitate vergessen habe, was ich ja eigentlich machen wollte, oder ja, immerhin einmal gemacht habe, wir haben keinen Quicksand bisher gehabt. Also gehen wir mal davon aus, dass wir einfach nur Glück hatten und es in Kürze wieder Quicksand geben wird. Ah, okay. Ah, okay. Okay, hier kommen wir jetzt in den Plus-4-Bereich offensichtlich. Ja, Great Sheet Plus, Sickle Plus-4. Noch ein Great Sheet Plus-4, Glaive Plus-4. Okay. Ah. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch noch die harmlosere Wüste, weil so wie es aussieht, ist das ja Level, also die Karte da drüber ja auch noch, der Quadrant da drüber, Sektor, was auch immer, ja auch noch Wüste. Na gut. Dann machen wir hier mal weiter. Okay. Es wird hell. Vampire Red. Giant Ogre. Okay. 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 Okay, müssten wir aber hinkriegen. 105. Anständig. AC Gauntlet. Okay. AC Gauntlet. ACCE, ACCE, ACCE Gauntlet. Okay. Das könntest du gebrauchen, du hast aber wahrscheinlich, du hast keinen Platz mehr, um sowas anzulegen. Also ziehst du es mal an. Equip F. für einen Moment, äh, remove. Plus 10, gar nicht schlecht. Warum nicht? Okay. Was ist denn jetzt los? Ist irgendwas vor Grace? View? Ach, es ist Tag, da geht Moonray natürlich nicht. Richtig Spiel? Also ich gucke mal in die Beschreibung. Combat Autos steht hier nicht. Oder hast du keine Gems mehr? Gems hast du noch? Spellpoints hast du noch? Ich meine, es wäre völlig naheliegend, wenn tagsüber ist kein Moonray, wenn dann Moonray nicht funktioniert. Ich hatte, aber gut, das war 80er, da hat man so Offensichtlichkeiten nicht in eine, in ein Handbuch geschrieben. Ich meine, heute würde man es auch nicht in ein Handbuch schreiben, weil es kein Handbuch mehr gibt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm. Es ist Astra, und es ist schade. Oh, es ist ja nichts. Wenn es dir so hat, es ist noch nicht so, wenn es dir so hat. Ah, come on. Nah, look. So, guck mal, wir haben noch fast alles erkundet hier. Okay, okay, I guess. Warrior Maiden und Thieves. Geht immer noch nicht. Oh Gott. Doch, es geht. Und habe ich nicht groß vor ein paar Minuten erzählt, dass ich das schon wieder rauskriege mit den Zaubern, welche Nummern das sind? Nein, ich habe die ganze Zeit versucht 7.1 zu zaubern. Und 7.1 ist Earth Encasement. Ja, und der geht nicht. Weil, warum nicht? Weil ich den nicht habe. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist ja auch egal. Okay, es wird Zeit, dass ich mich wieder hinlege. Meine Güte. Not affected. Das ist alles nicht gut. So, 7.1 ist Dancing Sword. Du kannst nicht mehr. Okay. Oh, Warrior Maiden können nicht von Kerlen angegriffen werden. Hahaha. Schön lustig. Zum Glück sind die meisten von uns Frauen. Und Frauen haben offensichtlich kein Problem damit, Frauen totzuschlagen. Ja, ist das. Das ist ein lustiges Spiel. Ähm. Ja, die sind ziemlich... Autsch. Ziemlich... Dingsig. Immun gegen... gegen Zauber. Äh. Deswegen zaubere ich weiter. Bisse hast du... Schlag zu. Äh. Schlag zu. Achso, du bist ja auch ein Kerl. Ja, ihr guckt euch das dann an, was die da so machen. Und die Mädchen schlagen zu. Okay. Dann dürften die doch auch unsere Kerle nicht angreifen können, oder? Oder? Ne, wahrscheinlich so funktioniert das nicht. Dann... Hm, 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 hm. Eine... Blazing Ex. Okay, macht Fire Resistance. Okay, jetzt plus 5. Äh. Brauchen wir auch nicht. So. Aber jetzt müssten wir... Haben wir erkundet. Und ist hier auch Wüste? Jo. Okay, dann schauen wir mal auf unsere Karte. Äh. Wir sind... Ja, hier ist noch eine ganze Menge Wüste. Okay, das war also die kleinere Wüste. Der kleinere Teil der Wüste. Ähm. Den haben wir jetzt aber immerhin erkundet. Ich wüsche wieder Steu... Shift Z. Nein, das ist... Nummer... 10... 3... 2... Ähm... 4... Yes. Okay. Aber wir haben zumindest ein bisschen Wüste erkundet und sind nur ein paar Mal gestorben. Das war im Großen und Ganzen ganz okay. Ähm... Oh, ich muss sowieso rasten. Wir haben keine Spellpoints mehr. Okay. Gut. Ja, da würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter mit dem... ähm... mit der anderen Wüste oder dem... dem größeren Teil der Wüste, der... dem nördlichen Teil der Wüste. Und mal schauen, ob wir, ähm... da noch mehr aufs Maul kriegen. Ähm... Und dann, ja... bedanke ich mich für heute für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit mehr... Might & Magic 2. Bis dahin. Tschüss. Eine nächste Wüste. Untertitelung des ZDF, 2020